Herzlich willkommen! Im heutigen Video geht es um das Thema Kampfhunde und was Kampfhunde sind, ob Hunde gewisser Rassen wirklich gefährlicher sind als andere Rassen und wie das Ganze zustande gekommen ist. Damit beschäftigen wir uns im heutigen Video. Wir starten mal mit der Erklärung des Begriffs Kampfhunde. Viele Leute sagen, umgangssprachlich sind Kampfhunde und meinen damit Hunde gewisser Rassen. Das ist auch das, was durch die Medien geht. Das ist hier die Elsa, die ist gerade ein bisschen ungeduldig, deshalb erlöse ich sie mal hier von der Leine, muss nicht die ganze Zeit bei mir sitzen. Das Ganze ist eigentlich eine politische Reaktion gewesen auf einen ganz, ganz unschönen, einen ganz gravierenden, tragischen Vorfall aus dem Jahre 2000. Dort haben nämlich zwei Pitbull-Mischlinge einen sechsjährigen Jungen auf einem Schulhof in Hamburg getötet. Und da gab es eine große politische Diskussion. Und dann hat man daraufhin Gesetze verabschiedet. Dann gab es ein Gesetz, dass Hunde gewisser Rassen nicht mehr in die Bundesrepublik eingeführt werden dürfen und nicht gezüchtet werden dürfen. Das ist der American Stafford Terrier, der Pitbull Terrier, der Stafford Bull Terrier, der Bull Terrier und aber auch Mixer aus diesen Rassen und Kreuzungen untereinander. Im Laufe der Zeit haben die einzelnen Bundesländer dann diese Listen erweitert und auch komplett unterschiedliche Regelungen für diese Listen erstellt. Letztendlich geht es also um die sogenannten Listenhunde. Es sind Hunde, die sich auf diesen Listen der Bundesländer befinden. Und da hat man dann umgangssprachlich gesagt, das sind die Kampfhunde aus diesem damaligen Vorfall. Eigentlich der richtige Begriff wäre. Aber Listenhunde, es sind Hunde, die auf entsprechenden Listen auftauchen. Das, was jetzt so ein bisschen kurios ist, ist auch, dass die Bundesländer das unterschiedlich regeln, weil es kann durchaus sein, dass ein Hund, ein Rottweiler, irgendwo in Hessen kein gefährlicher Hund ist, aber in Bayern oder irgendwo anders ist er ein gefährlicher Hund. Also es ist komplett unterschiedlich gehandelt. Und es wird auch immer mal modifiziert. Dann gibt es auch Bundesländer wie Schleswig-Holstein, die die Liste komplett abgeschafft haben, wo also kein Hund per se, nur weil er einer Rasse zugehörig ist, als gefährlich gilt. Die Auflagen, die man erfüllen muss, wenn man einen solchen Hund hält, sind auch komplett unterschiedlich. Da unterscheiden sich auch die Bundesländer. In Berlin ist es beispielsweise so, dass man ein polizeiliches Führungszeugnis angereichen muss. Der Hund muss einen Wesenstest bestehen. Der Halter muss den Sachkundetest machen, also muss die Sachkunde nachweisen. Dann kommt ja auch immer der Hundeführerschein wieder mit ins Gespräch. Also auch da bewegt sich sehr viel und da muss man sich einfach informieren, in welchem Bundesland lebt man und welche Vorschriften bestehen da, was die Haltung der entsprechenden Rasse angeht. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, die sich viele stellen, nämlich sind diese Hunde wirklich gefährlicher als andere Hunde? Und da muss man ganz klar sagen, nein, das kann man so per se nicht sagen. Zunächst einmal muss man ein bisschen unterscheiden, weil auch in diesen Rassen es natürlich ganz viele verschiedene Zuchtlinien gibt. Wenn man sich beispielsweise den Pitbull anschaut, so ist er in Amerika ein ganz, ganz beliebter Familienhund. Er wird ganz, ganz oft in der Familie gehalten und wird natürlich da auch gezüchtet. Da es jetzt in Deutschland oder in vielen Bundesländern hier verboten ist, ist es so, dass wir natürlich auch gar keine richtig gute Zucht betreiben können. Das heißt, alles, was wir an Hunden bekommen, ist entweder aus dem Tierschutz oder teilweise gibt es auch illegale Züchtungen und so weiter. Und es wird natürlich teilweise mit diesen Hunden sehr, sehr viel Schundluder noch betrieben. Also es gibt schlechte Hinterhof-Zuchten, die betrieben werden. Es gibt da Sachen, die nicht so toll laufen. Man muss es aber einfach unterscheiden. Es gibt verantwortungsvolle Züchter, gerade vielleicht auch in anderen Ländern, wo eben auf gewisse Merkmale selektiert wird, die das Zusammenleben mit den Menschen einfach machen. Und auch das Gegenteil kann der Fall sein. Also ich habe bis jetzt ganz, ganz viele nette Hunde dieser Rassen kennengelernt. Hunde, die nicht gefährlich sind, die nett sind mit Menschen, mit anderen Hunden, die tolle Begleiter sind im Alltag. Ich habe auch Hunde kennengelernt, die problematisch sind, die nicht ohne Probleme durch den Alltag begleiten können und die abgesichert werden müssen. Das kenne ich aber auch bei anderen Rassen letztendlich. Und die Sache ist einfach die, dass gewisse Rassen ein gewisses Potenzial mitbringen. Vielleicht auch einfach durch die Kraft, die sie haben, durch eine genetische Disposition. Und wo man vielleicht auch gucken muss, wofür ist der Hund letztendlich gezüchtet. Das betrifft aber auch ganz, ganz viele andere Hunde. Das kann auch ein Schäferhund sein, der gefährlich ist. Es kann auch ein Herdenschutzhund sein, der irgendwo auf dem Grundstück ist. Da würde ich auch nicht so draufgehen. Der wurde auch für irgendetwas gezüchtet. Das kann auch ein belgischer Schäferhund sein, der ein extremes Beutefangverhalten mitbringt. Da könnten wir jetzt weitermachen. Es gibt ganz, ganz viele Rassen, die ein gewisses Potenzial mitbringen. Und da sollte man sich einfach darüber bewusst sein. Und dann gibt es wiederum auch Fälle, wo man einfach sagen muss, was hat der Mensch denn rausgemacht? Und da habe ich auch schon einen Labrador erlebt, der mir mehr oder weniger mit Markup ins Gesicht gesprungen ist, wenn man ihn angefasst hat. Also auch ein Labrador kann ein gefährlicher Hund sein. Und genauso kann auch ein Steph ein ganz, ganz netter, unkomplizierter Hund sein. Man kann es letztendlich einfach nicht verpauschalisieren. Wichtig ist immer, was machen wir draus? Und da kann ich auch jedem einfach nur raten, sich mit den Rassen auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, sich zu fragen, ob er die Kompetenz hat, eine solche Rasse zu halten. Wofür soll der Hund überhaupt da sein? Und natürlich das Hundetraining auch zu machen, also sich begleiten zu lassen in regionalen Hundeschulen und da eigentlich auch von Anfang an immer zu gucken, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil erzieherisch kann ich da eine ganze Menge natürlich machen. Pauschal zu sagen, es gibt jetzt die und die Rasse und da geht eine besondere Gefahr aus oder die Hunde sind gefährlicher als andere Rassen, das ist eigentlich nicht okay, das ist nicht richtig. Und da sollte eigentlich diese Liste auch abgeschafft werden. Da sprechen viele Hundetrainer schon seit längerem auch für sich aus, dass man diese Liste endlich abschafft. Schleswig-Holstein hat es ja, wie gesagt, schon gemacht. Und vielleicht kommt die Politik hier nochmal dazu, das dann wirklich doch auch irgendwann mal umzusetzen und vielleicht was anderes zu machen, nämlich den flächendeckenden Hundeführerschein einzuführen. Das wäre ja mal eine tolle Sache, wo man einfach die Hunde nicht, ja, wo man die Hunde einfach gleich behandelt und wo man letztendlich unter Beweis stellen kann, dass man sich mit dem Hund beschäftigt hat und der Hund letztendlich auch erzogen ist. Wie sind eure Erfahrungen damit mit den Hunden? Habt ihr Listenhunde, wie geht ihr damit um? Habt ihr mehr Probleme? Habt ihr, wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ja. 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 Ja.